Die Braun, Bovary und M.G. war ein Schweizer Elektrotechnikkonzern mit Sitz in Baden. Er wurde 1891 von Charles Braun und Walter Bovary gegründet und stieg um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zu einem international führenden Unternehmen auf, das auf die Herstellung von elektrischen Maschinen, Turbinen und elektrischen Ausrüstungen von Lokomotiven spezialisiert war. Am 8. Februar 1988 fusionierte die BBC mit der schwedischen ASR zur ABB. Geschichte 1887 fasste Charles Eugene Langellot Braun, Direktor der Technischen Abteilung der Maschinenfabrik Le Likon, den Entschluss, ein eigenes Unternehmen zu gründen in Walter Bovary, dem Leiter der Montageabteilung der MFO, fand er einen Geschäftspartner. Bovary übernahm die Aufgabe, Kapitalgeber zu finden, blieb aber zunächst erfolglos. Erst als er sich 1890 mit der Tochter des Zürcher Seidenindustriellen Konrad Baumann verlobte, erhielt er von seinem zukünftigen Schwiegervater ein großzügiges Darlehen. Am 20. Dezember 1890 schlossen Braun und Bovary einen Assoziationsvertrag. Die Brüder Karl und Louis Pfister, die im schweizerischen Baden die Industrie fördern und ein Elektrizitätswerk bauen wollten, erfuhren im Januar 1891 von den Plänen Brauns und Bovary und traten mit ihnen in Kontakt. Sie priesen Baden als idealen Standort an und sicherten den Bau des städtischen Elektrizitätswerks als ersten Auftrag zu. Die Wahl Badens als Standort fiel am 23. Februar 1891 die Gründung der Kollektivgesellschaft Braun, Bovary und M.G. Er folgte am 2. Oktober 1891. Im Februar 1892 konnte die Fabrikation aufgenommen werden. Die BBC zeichnete sich früh durch zahlreiche Innovationen aus. So baute das Unternehmen 1893 in Frankfurt am Main das erste Wechselstrom-Wärmekraftwerk Europas. Um seine rasch wachsenden Firma langfristig Aufträge zu sichern, war Bovary an der Gründung zahlreicher Elektrizitätsunternehmen beteiligt. Beispielsweise Motor Kolumbus und die nordostschweizerischen Kraftwerke. Braun wiederum sicherte für die BBC zahlreiche Patente und legte mit dem Bau der weltweit ersten thermoelektrischen Lokomotive den Grundstein für die rein elektrische Traktion von Straßen und Eisenbahnen. 1900 wandelte sich die BBC in eine Aktiengesellschaft und begann mit der Expansion ins Ausland. Dabei entwickelte sich neben Baden vor allem Mannheim-Käferthal zu einem wesentlichen Standort des Konzerns. Auch in mehreren anderen europäischen Staaten fasste das Unternehmen mit diversen Tochtergesellschaften Fuß. Die AEG erwarb 1904,05 die Kapitalmehrheit, stieß diese aber bis 1915 wieder ab, seither war das Aktienkapital breit gestreut. Ab etwa 1910 war die BBC der größte Konzern der Schweizer Maschinenbauindustrie. Dazu trugen insbesondere die stark gestiegene Nachfrage nach Großkraftwerken und die einsetzende Elektrifizierung der Eisenbahnnetze bei. 1924 starben die beiden Unternehmensgründer kurz nacheinander. Während sich Braun bereits 1911 ins Privatleben zurückgezogen hatte, blieb Bovary bis zu seinem Tod Verwaltungsratspräsident. Während der Weltwirtschaftskrise wurde das Wachstum stark gebremst, die BBC musste die Belegschaft drastisch reduzieren. 1931 die US-amerikanische Tochter an Alice Chalmers verkaufen und 1938 sogar einen Kapitalschnitt vornehmen. Als Diversifikation wurde 1937 die Elektronik ins Geschäftsprogramm aufgenommen. Dieser neue Geschäftsbereich umfasste während der nächsten Jahrzehnte den Radiosenderbau, Richtfunkanlagen, Betriebsfunkausrüstungen, Mess- und Regelungstechnik sowie die Herstellung von Komponenten wie RE-COMA-Magneten, Flüssigkristallanzeigen und Leistungselektronikbauteilen. Im Jahr 1939 folgte mit der weltweit ersten Marktreifen-Gasturbine, die maßgeblich von den Schweizer Ingenieuren Adolf Mayer und Claude Seipel entwickelt wurde, ein erneuter Innovationsschub. Daraufhin expandierte das Unternehmen weiter, nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt auch in Übersee. Eine weitere Weltneuheit war 1951 der Ringbeschleuniger. Als epochale Entwicklung war ab 1956 dk-Sekunden-Kugelhaufen-Reaktorkernkraftwerk durch Rudolf Schulten gedacht, welches aber 1989 scheiterte. Was zur weitgehenden Auflösung der entsprechenden Firmen sparten, führte wurden die Rondo-Werke Berning und Empco. Aus Schwellen übernommen, ein Haushaltsgerätehersteller. 1965 erwirtschaftete die BBC einen Umsatz von 1,308 Milliarden dm und beschäftigte 38.000 Mitarbeiter. 1967 übernahm sie die MFO und 1969 die Ateliers de Secheron, womit sie ihre Stellung im Bau von Elektro-Lokomotiven weiter festigte. Bekannt wurde der Konzern auch durch seine leistungsfähige Elektromotorenreihe. Die von wenigen Watt bis zu 2000 kW reichte und in der Industrie sehr beliebt war. So wurde BBC neben Siemens zum Marktführer in der Motorenerzeugung. Das Unternehmen stellte darüber hinaus Gleichstrommotoren, Wechselstrommotoren, Drehstrommotoren, Generatoren, Gas- und Dampfturbinen für Elektrizitätswerke, Transformatoren, Turbolader, Teilchenbeschleuniger und Betatrons her. Außerdem gehörten Haushaltsgeräte zum Produktspektrum. Im Jahr 1987 umfasste der Konzern 159 Gesellschaften auf fünf Kontinenten. Die BBC galt zwar als äußerst innovativ. Sie wies aber auch eine zunehmend geringer werdende Rentabilität auf und ihre Produkte waren im Allgemeinen teurer als bei der Konkurrenz. Zudem wirkte sich die Rivalität zwischen dem Badener Stammhaus und der juristisch-selbstständigen Tochtergesellschaft in Mannheim negativ auf den Gesamtkonzern aus. Milliarden schwere Investitionen in Hochtemperaturreaktoren wie den THTL 300 erwiesen sich als Flop. Kritik Die unabhängige Expertenkommission Schweiz Zweiter Weltkrieg fand heraus, dass die BBC in mindestens einem Werk KZ-Häftlinge als Arbeitskräfte beschäftigte. Außerdem soll die Tochterfirma Stotz Kontakt monatelang Häftlinge aus dem KZ Buchenwald zur Arbeit genötigt und bei einem Kraftwerkbau für die IG Farm im KZ Auschwitz ebenfalls Häftlinge eingesetzt haben.